Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu Become a Bro. Become a Bro wird eine 1 vs 1 Serie, in der ich versuche, mich im PvP zu verbessern. Become a Bro, da gibt es auch schon ein Video mit dem Namen auf meinem Kanal. Und das wurde aber schon vor sehr, sehr langer Zeit hochgeladen. Da habt ihr in den Kommentaren geschrieben, dass ihr denn wollt, dass ich das hier weiterführe. 1 vs 1 einfach weiterführe, um ein bisschen vielleicht besser werden zu können im PvP. Oder aber auch einfach, um euch zu unterhalten. Alter, lag der wie Sau, oder? Ey, der lag doch wie Sau. So, nice, okay. Trotz deiner Lags einmal gewonnen. Ich würde sagen, ich schaue einfach, dass das Video einfach eine durchschnittliche Länge hat, ja. Danke, sehr nett von dir. Echt nett von dir. Ich liebe dich jetzt schon dafür. Boy, yo, Wallah. Skills in the bottle. Du willst fighten? Okay, komm her. Wie viele Pfeile hat man denn? 15. Do you really need this, bro? Yes, I need this. Na, kommst du? Komm schon. Oh, lol. Ach, no problem. Ach, komm jetzt. Im Ernst. Hä? Ich hab gewonnen? Nice. Hab ich gar nicht bemerkt. Okay, nice, okay. Nächstes bitte. Oh, nee. Soup. Wie ich einfach nicht mit Soup umgehen kann, Leute. Wie ich einfach nicht umgehen kann mit Soup. Ja, ping mich weg. Gib mir eine Schelle einfach. Gib mir einfach deine Ping-Schelle, Alter. Habt ihr das gerade gesehen? Das war nicht normal. So, einfach weiter. Das bitte auf die zwei. Das bitte auf die drei. Auf die drei hab ich gesagt. Alter, triffst du nicht mal. Ich mein, ich triff auch nicht, aber ich hab wenigstens kein stehendes Ziel verfolgt. Okay, den haben wir, glaub ich, besser getetet. Oh mein Gott, ein halbes Herz, ne? Okay. Nice, bro. Nice. Würdest du vielleicht... Würde noch einer draufklicken vielleicht? Hallo? Hallo? Danke. Ja, gut. Hat man zwar schon lange nicht mehr gesehen, dass sowas ist, aber hey, okay. Hä? Warum fünf Blöcke? Please, erklär. Please, erklär. Okay, nee, wir probieren's. Hallo, bro. Low ground, mein Freund. Low ground. Immer noch low ground. Hä? Alter, wie viel Leben man einfach hat. Wie wenig man verliert dadurch. Ja, komm, Alter, den hab ich schon so oft gehittet, dass das nicht mehr geht. Nice. So. Nice. Läuft, ey. Leute, läuft doch. So, und nächster. Ja, komm, Stilgi, komm. Oh, schade jemand anderen. Let's creepy. Wie viel hab ich da gar keinen Scharpenes drauf, okay? Das ist einmal ein etwas non-overpoweredes Pack. Ich geh da mal rüber. Tschüss. Ich verlass dich mal. Hi, bro. So, da war die Kombi drin. Die Kombi natürlich. Die Kombo meine ich natürlich. Okay, jetzt hat er mich gekombot. Und, oh mein Gott, das war geil. Das war richtig nice. Haha, ich hab gewonnen. So, nächstes, komm. Ach, ist mir doch egal, mit wem ich gerade spiele. Mit dem... Oh nein, Alter, oh nein. Bitte nicht. Oh, bitte bau dich jetzt nicht hoch. Ist das denn sein fucking Ernst? Ey, das ist doch nicht dein Ernst. Okay, okay. So. Das muss auch mal sein. Läff dich einfach mal aus dem Hub hier. Ich hab da echt keinen Bock auf sowas. Echt nicht. Ohne Witz. Schlechtestes Kit ever, Leute. Schlechtestes Kit ever. Okay. Was haben wir da? Irgendwann mal ein Goldapfel frasen. Ja, natürlich. Low Ground benutzt du mir sicherlich nicht. Und er hat versucht, Low Ground zu nutzen, aber hey, mit vier Hits hintereinander. Ähm, du bist ein bisschen schlecht mit der Angel, muss ich schon sagen. Also, muss ich wirklich sagen. Ich mein, ich bin selbst scheiße. Also, komm, okay, dieses Kit fand ich super. Deswegen gebe ich ihm ein Gut. Alles gut. Aha. Oh Mann, wieder auf die zwei. Wie es einfach jeder auf die eins legt. Das ist voll traurig. Okay. Ich nehme jetzt schon den Golden Apple. Einfach, weil ich es kann. Ach, als ob sich das was nützt bei dir. So, ich habe einen Golden Apple in mir. Intus, Junge. Danke. So. Läuft doch. Ja, das war ganz okay. So. Komm schon. Okay, die Map. Och Gott, scheiße. Nice. Auf die zwei, danke. So. Okay, gegen den Kaktus, natürlich. Alter, was ist denn mit ihm? Ja, als ob, Alter. Als ob das normal war. Ich konnte ihn nicht hitten. Nein, dich bewerte ich gar nicht, Alter. Komm, geh weg, ey. Als ob, Alter. Ich konnte ihn nicht einmal hitten. Ja, der hatte wenigstens das Schwert auf der zwei. Und die Angel auf der drei, ey. So wie ich. Oh mein Gott, das ist so nice. Thanks, God. Sag mal, alles okay bei ihr, oder? Okay, okay. Zwei Hits gegeben. Und da war er down. Meine lieben Freunde, da war er down. Man muss aber auch sagen, ich spiele in letzter Zeit sehr, sehr viel Sky Wars. Und wenn man da einmal stirbt, ist man sowieso raus. Also, Stärke drang. Swiftness. Hier, den Golden Apple Phrasen. Und dann würde ich sagen, hinter mir ist er natürlich. Wie er einfach unsichtbar war bei mir. Als ob. Junge war Stegi einfach mal unsichtbar bei mir. So, gleich nochmal. Auf die zwei. Ist sehr komisch. Ich weiß, wenn man eh nur ein Item hat, ja. Dass man da auf die zwei legt. Aber ich leg's immer auf die zwei. Du willst mich nur ins Wasser kriegen. Ich sag's dir. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Hat er mir eine Dreier-Kombo reingedrückt. Das war nice. Das war richtig gut, Alter. Alter, Dreier-Kombo hat er mir. Wieso? Okay. Golden Apple. Wie ich ihn einfach nicht sehen kann, ne? Ja, Alter. Gib mir doch deine Pink-Schelle. Natürlich. Ach, Leute. Das ist zum Beispiel richtig scheiße. Ich kann des Öfteren einfach niemanden sehen. Jawohl, der hat das Schwert auf der zwei. Der hat schon mal Stil. Nur leider macht er Such-Pvp. Also ist schon wieder kein Stil. Ich geh da mal runter. Und nehmen wir mir den Low-Ground. Nehmen wir den Low-Ground. Tschüssi. Tschüssi, Kowski. Dankeschön. So. Nicht auf die vier. Auf die zwei. Heilige Scheiße. Schon wieder der Typ. Du bist Get-Rektor, ne? Das stimmt sogar. Also das ist schon... Ja. Ja, doch. Ja, doch. Doch. Okay. Golden Apple-Phrasen. Und dann geht's schon los. Mit mein-Expert.de. Ach, Mann. Ja, komm. Mach selber. Ich mach sicher nicht. Ich bin ja nicht behindert. Okay. Uh, das war wieder so knapp. Wieder so knapp. Ich versteh's nicht. Ein halbes Herz hatte ich noch. Ah, hatte er noch. Pff. Natürlich, ich war er. Weiß er. Ja. Tschüss. Ich mag das nicht. Bei so einem Weg schon gar nicht. Ich stell mich mal da rein, so. Ja. Mhm. Was machst du? Mhm. Ja. Wir können das jahrelang ziehen, ne? Das ist alles kein Problem, ne? So, dann geh ich da rüber. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ich bleib da. Brav. Okay, dann geh ich da rüber. Mhm. Ja. Ja, okay. Gut. Ey, wie der laggt einfach. Wie er einfach mal laggt. Wie ne Sau. So. Ey, der laggt ja wirklich. Das ist... Ich mein, viele halten es vielleicht für eine Ausrede, aber ey, der hat doch richtig gelaggt. Ich hab sowieso gewonnen, von wegen Ausrede, ne? Ernsthaft jetzt. Ich mein, es ist ein süßes Kid, ja? Und er vernichtet mich jetzt eh, aber ist ja egal. Wo? Er enchanted einfach mal und verliert auch noch. Nice. Okay. Gegen wen kämpfe ich da jetzt? Gegen Dr. Gurkensack. Ach, schon wieder dieser laggende... Dieser laggende Friend von uns, ne? Ja, komm her. Diesmal lass ich mir nicht so viel Zeit. Ich bin hier, du sparst. Okay, okay. Ja. Gib mir deine Kombo. So. Ey, die letzten paar Hits, die ich gerade gegeben habe, hab ich aber richtig so in einer Kombo gegeben. Das war ja nicht mehr normal. Nicht mehr feierlich hier. Okay. Yo, wie man ihn einfach nicht sehen kann. Yo. Yo, chill mal deine Basis. Ich seh dich nicht. Yo. Alter, ich konnte ihn einfach mal nicht sehen. Nice. 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 Richtiger nicer Scheiß. Lol. Konnte dich nicht sehen. Ja, schieß während ich schreibe. Ohne Witz. Du wirst richtig schlecht den Bogen schießen. Just saying, ne? Verliert man kein Essen bei dir, ne? Das finde ich gut. Vor allem, er lässt es auch noch zu, dass ich mich jetzt auch noch fertig heile, ne? Fertig ragge. Oder auch nicht. Alter, leck dich doch zu Tode! Ja, nice. Er leckt sich zu Tode. So. Ein Kampf gibt's noch. Und dann ist Ende, Freunde. Dann war's das für die erste Folge. Wird auf die zwei, danke. Und natürlich seh ich ihn schon wieder nicht. Boah, ich krieg Aids. Ja, Leute. Geiler letzter Kampf, ne? Ach, fix das doch endlich mal, ey. Versteh's nicht. Ne, Leute. Das war's. Dankeschön fürs Zuschauen. Alles klar, ja. Bis dann. Tschüss.